Hallo Leute, ich komm jetzt wieder zu Glamminecraft. Glamminecraft. So, heute vorachten wir uns ein paar Showfilme. So, gut. Ja, das ist doch immer eine Weile. Ja, ja, ja. Doch, dann musst du dann. Okay. Da komm ich aber niemals hin. Heute kamen wir uns immer nach unten. Ja, geil gewesen. Dann könnt ihr Auto machen. Mal noch andere Sachen, aber... Ja, leider bringt das nicht so gut. So, in diesem Part sind wir wieder sparen. Anders kommt auch noch vor. Wie ist das? Ich würde ja jetzt halt die Welt bereisen, weil das nichts bringen. Die Koordinaten sind jetzt aufgestiegen. Das Dunkle kostet mich irgendwie an, als es so schön so dunkel hier ist, ey. So, das ist schon perfekt. Das ist mir einfach spezial. Das ist ja halt. Ich mach nämlich noch ein zweites. Nächste mal mittelmäßig wie das Haus. Das ist mit dem Sport drin, ey. der Milch das Basta hat diese gekommen. Ja! Ich würde ja noch sagen, die Eigenwappen für So Circle sind nicht das Basta. Dann waren die Orte von Besser. Böde das Basta! Ich mach schon mal ein Nitz-Eriküssel damit zu bauen. Hier ist wieder der Clown. Wird er gerne jetzt gern? Ja, du hast die Brücke gemacht, aber... Ja, du hast die Brücke gemacht, aber... Ja, du hast die Brücke gemacht, aber... Ja, du hast die Brücke gemacht... Ja, du hast die Brücke gemacht... Ja, wie ist denn das Problem? Ach, das ist teuer. Da brauchen wir... Die Rösenbretter lagen wir hier ein. So, eigentlich würde ich die für das Holzerbau nutzen. Der Moral ist wieder bewernscht. Wenn wir die Rösenbretter hier aussehen... Am besten hier... Ja, ein sehr schönes Stückchen... Das ist ja nicht... Den lassen wir jetzt hier... Das ist jetzt schon mal ein... So, perfekt... Und die Musik... Entschuldigung... Boah, eh gut... Die Kleiner sind keine Höhlen... Dann wohnen auf den Boden... Und dann wird die Leckschausten... Da kommen wir jetzt... Immer noch die Leckschausten... Ja... Das ist ein bisschen neins... Dann kann man eben... Zu anderem Fenster... Dann wird es nicht mehr... Kann ich es abmachen... Hier... Aber die Leckschausten... Welche Leckschausten... Ist ja auch... Das ist kaos... Ich habe ja... Es sieht wie man... Die Axt ist bei der Kopfhörer. Also bei der Ammon Sieg muss man gerade nur am liebsten ab 12 sein. Da kann ich hier nicht mehr aus dabei. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Du brauchst du einzuhalten. Sorgung. Die Axt ist bei der Axt. Die Axt ist bei der Axt benutzen. Die Axt ist bei der Axt benutzen. Gut herrlich. Das ist bei der Axt benutzen. Dann verbringt der Axt benutzen. Die blöde Stützscherke ist verputscht geworden. Ich glaube schon, dass es nicht mehr ist. Die Axt ist gleich fertig. Genau. Ich muss mir das nicht mehr sehen. Ich muss mir das nicht mehr sehen. Schon wieder falsch zu sehen, dass wir uns nicht mehr ist. Ich weiß nicht mehr. und die 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 Alter, die gibt's doch. Die sind jetzt unübersichtlich. Das ist immerhin in den Platz gelaufen. Alte mag ich in der Realität auch nicht. Und dann sind sie so hässlich mit den so üblich mit anderen Wäumen verglätscht. Ich kann dem Huo nicht leiden. Das soll ja ein aktiver, mit den Wäumen nicht gescheitert sein. Ich will gleich jetzt die Störung und für langsamer. Die sind noch 35 Stände nach oben. Ja, ja, so sieht's aus. Genau, wunderschön an der Sieboden. Und die sind schon auf der Erde schon wieder. Okay. Da gibt's noch mal hier. Da, das meine ich, die sind immer so ungelicht angelegt, ey. Ich verstehe nicht möchten, ich mache mir drauf. Das ist ein Taub, den hier. Der hat wieder zu sehen. Das ist ein Taub, der sich ausgeliefert. Weil es nicht so schön ist. Weil es nicht so schön ist. In diesem Taub wird es nicht so schön. Schau dir so. Ich muss noch nicht aussehen. Hier Halt das Tinger hier. Ich bin der Egnet. Wir können es. Das ist jetzt so ein Gang. Achso, wie schön. Dann müssen wir nur noch den Ding rein. Das ist jetzt so ein Gang. Achso, wie schön. Dann müssen wir nur noch den Ding rein. Ist ja echt komisch, ey. Die Züge auch da, wo die Züge in den Brauraum... ...und das heißt Cutaway... So nikkeig... Tja... 62 Holzstapel reichen es mal aus. Sicherlich ist Cut, oder? So, dann haben wir das erste Haus schon fertig. Verpiss die Stein. Den Rest gehen wir in der Höhle zurück. Kommt rein. Oder ich möchte schon dann hier noch ein bisschen... Okidoki... Okidoki... Wie viel Züge habe ich? Na bloß... Dann rumbringe ich wieder Kottes bauen. So... So... Können wir hier auch mal inbauen. Auch mal wieder Kottes bauen. Ganz dringend. Ja, das ist schon lecker. Ja, das ist schon lecker. Das ist schon lecker. Und... Das ist schon lecker. Das ist schon lecker. Das ist schon lecker, die ich hier mit der Innenmann silberfläche... Das ist schon lecker. So... Das ist schon lecker. Ich brauche mal eine erste Kohle, Alter. Ich habe davor schon Kohle gefunden, aber das war eine Oberfläche. Wie pissig war denn das, ey? Mal doch mal die Position aufschneiden. Sieht doch schon mal perfekt aus. Irgendwie reg mich jetzt auf, wenn die Textur mal dunkel ist, wenn die auf dunkel schaltet. Das hätte ich noch eigentlich vorgehabt. Was soll der Scheiß? Wow, ich habe zwei noch, zwei übrig. Ist doch voll großartig. Ich habe nicht wieder irgendwelche Stufen im Zuhause. Das wird mir jetzt auch beworben als Oberfläche noch. Aber da habe ich nicht viel zu reden mit der Latte, gar nicht warum. Erdehassiger Meister unterirdisch. Ich bin gleich… Ich bin ganz anders da. Der hat nur verfolgt. Der hat wahrscheinlich auch gemerkt. Aber der hat auch gerade was gewollt. Aber am Ende der Fall passiert. Wie lange nicht. Der hat nur noch это. Warum pflege ich immer wieder runter? Weil ich könnte Fliege aktivieren, das ist auch geil. Weil der Pockete durchschnittlich nicht so viel Entstellung bei... ...weil auch noch Privilegien. Ich glaube der PS3 weiter zocken, aber ich finde die Bärte ist zu geschissen. Ich muss es halten. Ich kann es nicht mehr rummachen. Jetzt lasse ich mich nicht mehr. Ich bin schon mal ein paar 60 Kuhn warten. Ich hab mir schon noch was fallen. Das Verwohnen ist so lästig, eyla. Aber wir müssen es killen, Leute, wir müssen das Puppelstone erneut... ...weil hat ihn nicht mehr. Ich kenne die ganze Zeit. Das Puppelstone. Wir müssen das Riff, das sind nicht verloren. Wir legen hier ein paar Wunnen rein. Ich kenne die ganze Zeit. Scheiße, ich muss es nicht mehr gebrauchen, sonst kann ich's nicht mehr. So kann man nichts sagen, das ist scheiß verbauen. Ich brauche mehr als zwei Staple, ich glaube es ist noch nicht groß, sofern will. Das ist mein letzte Stück Sackle, das ziehen wir jetzt zu mir, bevor ich hier nach oben muss. Ich freue mich, das sind die ganzen Sackle drin, das ist nicht so schön. Ich denke das ist wirklich gut. Ich muss noch mal gucken im Gännis. Ach, Leck und Doppel. Jawohl. Mann, Scheiße, geh mal rein. Voll die Z-Verschwendung. Dann zeige ich mir in der alten Welt, also in den Offlandspieler. Hab ich sonst nur... Oh, ist ja nicht auslachen, du Schaf, ey. So hässlich selbst das Player auch nicht auslachen. Jetzt reichs, jetzt kille ich mich jetzt ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir noch mehr Kuppels drin brauchen. Könnte ich ja nie mit ihm zu Hause reden, ey. Vielleicht schon weg, oder? Eine Daufe, eine Daufe, eine Daufe, Kürbisse, 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 Kürbisse. Die Zäune. Oder wollen wir eine separate Truhe? Unterbehalten, die Apfelkonderin. Mit dem Einzelsetzling. Vollkacken. Das. tyinger. Eine Daufe, eine Daufe, eine Daufe! Was hört mich mal amヤsten? Eine Daufe? Fahne Sut hier. Ich sahne eine Daufe, bei uns her ist niemandem. Dieses Leben pra Fellow? Und hier habe ich einen unserboarden. Oh, das war es! Jetzt was noch Bat, Alter, wo ist jetzt der blöde Korbis dauerne? Peter Siegern an deine Erden mit Taxi So, wir machen die Seine Wurren und Verfäßern verbauen Seine Kontrolle nicht verholen Aber auch nicht sein Aber auch nicht sein Alter, ist es abartig Es wird sogar anders Alter Zwarf denn ein paar Schaufilme Verlangen Sie in den Boden an So, dann warte ich mal wieder nach oben Zwarf denn noch ein paar Schaufilme Folgende Ansehen sind 20.06.24 Ich werde ihn gleich mal aufschreiben Das ist die Höhle. Die Erde kommt jetzt noch heran. Damit haben wir es auch geschafft. Die sind jetzt wieder in die Höhle. Ich fisch mal jetzt. Das ist die Höhle. So, die Höhle. So, damit wir uns nicht mehr in die Höhle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Na gut, Leute. Ich hab dann verabschieden bei uns. Bis zum nächsten Mal.